Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Webcast-Reihe PwC Accounting & Reporting Talks. Im heutigen Webcast freue ich mich ganz besonders Carsten Gansauge begrüßen zu können. Carsten, du bist nicht nur Partner in der zentralen Grundsatzabteilung für internationale Rechnungslegung bei PwC, sondern seit 2019 auch Mitglied im IFRS Interpretation Committee. Gerade im letzten Jahr wurde deine Mitgliedschaft für weitere drei Jahre verlängert. Du kommst gewissermaßen direkt von der aktuellen März-Sitzung aus London zu uns ins Studio. Schön, dass du heute hier sein kannst. Ja, schön hier zu sein und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Gut, bevor wir anfangen, einleitend noch ganz kurz der übliche Disclaimer, dass du hier deine persönlichen Auffassungen wiedergibst und es sich hier nicht um offizielle Äußerungen des IFRS Interpretation Committee handelt. Carsten, gelegentlich könnte man den Eindruck bekommen, dass das Interpretation Committee es überwiegend ablehnt, Interpretationen zu verfassen und es eher Non-Interpretation Committee heißen könnte. Die letzte Interpretation des Komitees ist ja auch schon einige Jahre her und das Komitee tritt in letzter Zeit ja vermehrt durch sogenannte Agenda-Entscheidungen, also eigentlich Ablehnungsentscheidungen in Erscheinung. Wie kommt es dazu? Also dazu muss ich ein wenig ausfohlen. Zunächst einmal muss man wissen, dass das IFRS-IC ja eine Reihe von Möglichkeiten hat, mit den Submissions, also an das Komitee gerichtete Fragen umzugehen. Das ist die sogenannte Toolbox des IFRS-IC. Eine Interpretation ist also nur eine Möglichkeit. Eine andere dem IFRS-IC zur Verfügung stehende Option sind die Agenda-Entscheidungen. Hintergrund für die vermehrte Nutzung von Agenda-Entscheidungen in den letzten Jahren ist hier die Governance der IFRS Foundation, die unter anderem vorsieht, dass die sogenannten Trustees regelmäßig den Due Process der Gremien der Foundation, also auch des IFRS-IC überprüfen. In diesem Zusammenhang eingeholtes Feedback hat es schon vor einigen Jahren ergeben, dass viele Stakeholder sich wünschen, dass das IFRS-IC flexibler die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nutzt und schneller und mehr responsive agiert. Mit anderen Worten, der Prozess bis zur Finalisierung einer Interpretation wurde von vielen als recht schwerfällig und langsam wahrgenommen. Zudem gab es den Wunsch, die Kommunikation des IFRS-IC zu fragen, die nicht mittels Standard-Setting adressiert werden, zu verbessern. Dies alles hat letztlich dazu geführt, dass der sogenannte Due Process beim IFRS-IC angepasst wurde und dass das IFRS-IC nun vermehrt über sogenannte Agenda-Entscheidungen aktiv wird und diese auch ausführlicher erläutert als noch vor einigen Jahren. Für jede eingehende Submission prüft das Interpretations-Committee dann anhand der Kriterien im Due Process Handbook, wie der jeweilige File zu behandeln ist. Wenn das IFRS-IC zum Ergebnis kommt, dass der herangetragene Fall sich mit dem vorhandenen IFRS-Regelwerk lösen lässt und bestimmte weitere Kriterien erfüllt sind, erlässt es typischerweise eine Agenda-Entscheidung, die erläutert, wie der entsprechende Sachverhalt unter die IFRS-Standards zu subsumieren ist. Das heißt, die Anwender werden auch, wenn es eine Ablehnung einer weiteren Befassung im Rahmen des Standard-Setting-Prozesses gibt, nicht allein im Regen stehen gelassen? Ganz genau. Eine Agenda-Entscheidung enthält regelmäßig recht umfangreiche Ausführungen, die erläutern, wie der jeweilige Sachverhalt unter die IFRS zu subsumieren ist, sodass nachvollziehbar ist, wie das IFRS-IC zu der jeweiligen Schlussfolge gekommen ist. Agenda-Entscheidungen tragen somit ebenfalls zur einheitlichen und konsistenten Anwendung der IFRS bei und haben zudem den Vorteil, dass der Prozess vom Eingang einer Submission bis zur abschließenden Veröffentlichung wesentlich verschlankt wurde. Okay. Kommen wir jetzt zur aktuellen März-Sitzung des Interpretation-Committee. Es stand eine Reihe von Themen auf der Agenda, von denen wir hier in der Kürze der Zeit natürlich nicht alle behandeln können. Eine der interessantesten Punkte dürfte, nicht überraschend, die Finalisierung einer Agenda-Entscheidung sein. Hierbei geht es um den IFRS-16, also den Leasing-Standard. Hierzu hatte das IFRS-IC bereits seine vorläufige Agenda-Entscheidung im November letzten Jahres veröffentlicht und inzwischen wurde der eingegangenen Stellungnahmen analysiert und einige Anpassungen am Text der Agenda-Entscheidung durchgeführt. Es geht dabei um die Frage, ob ein bestimmter Vertrag ein Leasing-Verhältnis im Sinne von IFRS-16 enthält. Speziell geht es darum, wie spezielle Austauschrechte Substitution Rights eines Lieferanten zu berücksichtigen sind. Karsten, kannst du den Sachverhalt, der an das IFRS-IC herangetragen wurde, noch einmal kurz schildern? Ja, sehr gerne. In der Submission ging es um einen Sachverhalt, in dem ein Unternehmen mit einem Lieferanten einen 10-Jahres-Vertrag über die Nutzung von 100 Batterien abschließt, die in Elektrobussen des Unternehmens eingesetzt werden. Der Vertrag erlaubt es dem Lieferanten, die Batterien während der Vertragslaufzeit jederzeit durch andere Batterien zu ersetzen. Im Falle eines solchen Austauschs ist der Lieferant allerdings verpflichtet, das Unternehmen für im Zusammenhang mit dem Austausch entgangene Einnahmen sowie damit zusammenhängende Kosten zu entschädigen. Ob der Austausch einer Batterie zu einem bestimmten Zeitpunkt für den Lieferanten wirtschaftlich vorteilhaft ist, hängt somit zum einen vom jeweiligen Zustand der Batterie, aber auch von der Höhe der an das Unternehmen zu zahlenden Entschädigung ab. Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ist es für den Lieferanten wirtschaftlich nicht vorteilhaft, eine Batterie auszutauschen, die weniger als drei Jahre im Einsatz war. Demnach hat der Lieferant zumindest in den ersten drei Jahren des Vertrags keinen wirtschaftlichen Nutzen aus dem Austausch der Batterie. Gut. Es wurden nun zwei Fragestellungen an das IFRIS-IC gerichtet. Dabei ging es letztendlich um die Frage, inwieweit in dem von dir geschilderten Sachverhalt Leasingverhältnisse enthalten sind, die nach IFRIS 16 zu bilanzieren sind. Die erste Frage ist, ob bei der Beurteilung, ob der Vertrag ein Leasingverhältnis enthält, jede Batterie einzeln oder alle Batterie zusammen zu betrachten sind. Zu welcher Einschätzung ist das IFRIS-IC hier gelangt? Ja, zu dieser Frage bestand im Komitee eine recht einhellige Meinung und auch die eingegangenen Stellungnahmen zur vorläufigen Agendaentscheidung äußerten sich hier recht klar und überwiegend zustimmend. Die Regelungen IFRIS 16 besagen ja, dass ein Unternehmen für jede potenzielle separate Leasingkomponente beurteilen muss, ob ein Vertrag ein Leasingverhältnis enthält. Im dargestellten Sachverhalt ist das Unternehmen in der Lage, von der Nutzung jeder Batterie zusammen mit anderen ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen zu profitieren und jede Batterie hängt weder in hohem Maße von den anderen Batterien ab, noch ist sie eng mit ihnen verbunden. In Anbetracht dessen kam das Komitee zu dem Schluss, dass das Unternehmen für jede Batterie einzeln zu beurteilen hat, ob der Vertrag ein Leasingverhältnis enthält. Gut, dann kommen wir jetzt zur zweiten Fragestellung, die der Agendaentscheidung den Namen gibt, nämlich wie ist das beschriebene Austauschrecht des Lieferanten bei der Beurteilung, ob der Vertrag ein Leasingverhältnis enthält, zu berücksichtigen. Nochmal zur Erinnerung. Das Vorliegen eines Leasingverhältnisses im Sinne des IFRIS 16 setzt unter anderem voraus, dass ein identifizierter Vermögenswert vorliegt, der dann zur Nutzung überlassen wird. Hierfür ist unter anderem von Bedeutung, ob der Lieferant ein sogenanntes substanzielles Austauschrecht hat. Wesentliches Charakteristikum im vorliegenden Fall ist, dass der Lieferant während des gesamten Verwendungszeitraums zwar die praktische Möglichkeit hat, einen Vermögenswert durch alternative Vermögenswerte zu ersetzen, hiervon aber nicht während der gesamten Vertragslaufzeit wirtschaftlich profitiert. Zu welcher Auffassung ist das IFRIS IC hier gelangt? Werfen wir zunächst einen Blick auf die relevanten Anforderungen in IFRIS 16. Vielleicht vorab nochmal die Definition eines Leasingverhältnisses. IFRIS 16 definiert ja ein Leasingverhältnis als einen Vertrag, der das Recht überträgt, die Nutzung eines identifizierten Vermögenswertes für einen bestimmten Zeitraum im Austausch gegen eine Gegenleistung zu kontrollieren. IFRIS 16 besagt, dass ein Kunde nicht das Recht hat, einen identifizierten Vermögenswert zu nutzen, wenn der Lieferant ein substanzielles Austauschrecht hat. Und das ist gerade erwähnt. In diesem Fall kontrolliert nämlich der Lieferant und nicht der Kunde die Nutzung des Vermögenswertes. In dieser Situation gäbe es dann auch dementsprechend keinen identifizierten Vermögenswert und dementsprechend auch kein Leasingverhältnis. IFRIS 16 konkretisiert in B14 folgende Bedingungen für ein substanzielles Austauschrecht. Erstens, der Lieferant verfügt über die praktische Möglichkeit, einen Vermögenswert durch alternative Vermögenswerte zu ersetzen. Und zweitens, der Lieferant muss in der Lage sein, aus der Ausübung seines Austauschrechts auch einen wirtschaftlichen Nutzen zu ziehen. Vor dem Hintergrund, dass im vorliegenden Sachverhalt ein Austausch frühestens nach drei Jahren wirtschaftlich vorteilhaft ist, war hier insbesondere fraglich, ob diese beiden gerade genannten Bedingungen während des gesamten Verwendungszeitraums vorliegen müssen und ob diese beiden Bedingungen um zugrunde liegend Sachverhalt dann erfüllt sind. Das Interpretations Committee stellte hierzu zunächst fest, dass die Anforderungen IFRIS 16 in Bezug auf Substitutionsrechte eine hohe Hürde darstellen, um zu dem Schluss zu kommen, dass kein identifizierter Vermögenswert vorliegt. Außerdem wurde noch darauf hingewiesen, dass die Beurteilung, ob ein Austauschrecht substanziell ist, ermessensbehaftet ist. In dem vorliegenden Sachverhalt wurde davon ausgegangen, dass der Lieferant während der gesamten Vertragslaufzeit über die praktische Möglichkeit verfügt, den Vermögenswert durch alternative Vermögenswerte zu ersetzen. Die erste Bedingung also erfüllt ist. Das Committee kam jedoch zum Schluss, dass die zweite Bedingung nicht erfüllt ist, der Lieferant einen wirtschaftlichen Nutzen aus seinem Austauschrecht nicht während der gesamten Verwendungsdauer hat, da in dem vorliegenden Sachverhalt nicht zu erwarten war, dass der Lieferant in den ersten drei Jahren der Vertragslaufzeit einen wirtschaftlichen Nutzen aus seinem Austauschrecht zieht. Dementsprechend kam das Committee zu dem Ergebnis, dass bei dem in der Eingabe beschriebene Sachverhalt ein identifizierter Vermögenswert vorliegt, und zwar für jede einzelne Batterie. Um abschließend zu beurteilen, ob der Vertrag ein Leasingverhältnis enthält, musste das Unternehmen dann zusätzlich die weiteren Anforderungen in IFRIS 16 B21 bis B30 prüfen. Die zweite Fragestellung wurde wesentlich intensiver diskutiert, wobei insbesondere die genaue Begründung sowie die Formulierung der Agendaentscheidung intensiv erörtert wurden. Auch viele der eingegangenen Stellungnahmen schlugen weitere Klarstellungen im Text der Agendaentscheidung vor, um mögliche Missverständnisse oder unbeabsichtigte Auswirkungen auf andere Sachverhalte zu verhindern. Der Text der finalen Agendaentscheidung wurde daher an einigen Stellen noch einmal entsprechend angepasst und nachgeschärft. Kommen wir nun zu einem weiteren Punkt auf der Agenda. Die Aufgaben des Interpretation Committee beschränken sich ja nicht nur auf die Bearbeitung der an das Committee herangetragenen Eingaben, der Submissions und in dem Treffen von Agendaentscheidungen, sondern das Committee unterstützt den ISB auf breiterer Ebene bei der konsistenten Anwendung der IFRS. So holt der ISB beispielsweise regelmäßig den Rat des Interpretation Committee zu potenziellen jährlichen Verbesserungen der IFRS, den sogenannten End- und Improvements, ein. Bei den jährlichen Verbesserungen handelt es sich um begrenzte Änderungen an den IFRS-Rechnungslegungsstandards, die entweder klarstellender Natur sind, also in der Regel kleinere Wording-Änderungen adressieren oder relativ geringfügige unbeabsichtigte Konsequenzen, Unvollständigkeiten oder Konflikte zwischen den bestehenden Anforderungen in den Standards korrigieren. In der März-Sitzung wurden unter anderem Vorschläge bezüglich eines potenziellen Annual Improvements im Hinblick auf die bilanzielle Behandlung von Mietkonzessionen im Original Rent-Konzessions bei Leasing-Verträgen an das Interpretation Committee herangetragen. Worum geht es hier genau? Ja, Mietkonzessionen haben wir ja letzter Zeit häufiger gesehen, auch im Zusammenhang mit Covid. Bei Mietkonzessionen handelt es sich im Kontext von Leasing-Verhältnissen um Veränderungen von Verträgen, die dazu führen, dass dem Leasingnehmer, vom Leasinggeber bestimmte Leasingzahlungen entweder erlassen werden oder diese reduziert werden. Die Diskussion dreht sich jetzt um die Frage, ob bzw. wann eine solche Konzession beim Leasingnehmer zu einer Ausbuchung nach den Regelungen von IFRS 9 führt bzw. wann es sich alternativ gegebenenfalls um Leasingmodifikationen nach IFRS 16 handelt, die dann regelmäßig zu einer entsprechenden Anpassung des aktivierten Nutzungsrechts führen. Welche Problemfelder siehst du hier? Was würde beispielsweise dagegen sprechen, dass man den kompletten Sachverhalt als Leasingmodifikation nach IFRS 16 behandelt? Also klar ist, dass für die Ausbuchung von Leasingverbindlichkeiten die Regelungen von IFRS 9 einschlägig sind und für Modifikationen die Regelungen zu Lease-Modifikations in IFRS 16. Problematisch ist jedoch, dass die Abgrenzung in einigen Fällen von Mietkonzessionen nicht ganz klar ist. Das heißt, wann genau IFRS 9 und wann IFRS 16 einschlägig ist. Gegen eine generelle Erfassung von allen erlassenen Mietzahlungen als Modifikation im Sinne von IFRS 16 spricht zunächst die vom IASB festgelegte Abgrenzung der Anwendungsbereiche von IFRS 9 auf der einen Seite und IFRS 16 auf der anderen Seite. Sämtliche Mietkonzessionen ausschließlich nach IFRS 16 zu behandeln, wäre also schlicht nicht IFRS-konform. Wenn ausschließlich bestimmte Leasingzahlungen erlassen werden und es sonst keinerlei Änderungen gibt, so könnte argumentiert werden, dass eine Abbildung als Leasingmodifikation nach IFRS 16 mit einer entsprechenden Anpassung des Nutzungsrechts nicht unbedingt eine akkurete Darstellung des wirtschaftlichen Gehalts ist, denn der Wert des Nutzungsrechts hat sich ja durch einen solchen Erlass nicht verändert. Andererseits könnte aber auch argumentiert werden, dass sich durch eine solche Mietkonzession die Kosten für das Nutzungsrecht reduziert haben. Insbesondere stellt sich hier aber die Frage, wie mit Veränderungen von Leasingverträgen umgegangen wird, bei denen nicht nur ein Erlass von Leasingzahlungen stattfindet, sondern auch weitere Modifikationen der Leasingvereinbarungen vorgenommen werden, die entweder die Zahlungen beeinflussen oder auch anderer Natur sein können. Weiterhin stellt sich die Frage, ob die notwendigen Änderungen der Standards zur Klarstellung eines solchen Sachverhalts nicht zu umfangreich sind, um noch innerhalb der Annual Improvements vorgenommen werden zu können. Diese Punkte wurden vom IFRS IC sehr kritisch gesehen und die Mehrzahl der Committee Member war der Auffassung, dass die vorgesehenen Änderungen klar über ein Annual Improvement hinausgehen würden. Okay, ich verstehe. Das heißt, das Thema scheint doch nicht ganz so einfach zu sein und es wird sich vermutlich in Zukunft noch einiger Diskussionsbedarf ergeben. Damit sind wir auch schon am Ende unseres Webcasts angelangt. Wir hoffen, dass Ihnen unsere heutige Folge gefallen hat und freuen uns, Sie bald wieder bei unserem Webcast oder unserer Website begrüßen zu dürfen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Wiedersehen.